Wir nutzen ein sehr weites Spektrum an Methoden, um der Internetsucht auf die Schliche zu kommen. Das ist zum einen ein ganz klassischer Ansatz aus der Psychologie. Wir nutzen Fragebögen. Wir fragen Leute nach ihrem Konsum. Wir nutzen aber auch klassische Laborexperimente. Und wenn wir so einen Schritt eben aus der Psychologie rausgehen und in die Zwischenwelten kommen, Neurowissenschaften, nutzen wir hier auch die Bildgebung des Gehirns zum Beispiel, die Molekulargenetik, um Internetsucht besser zu charakterisieren. Wir haben gelernt, dass es den Leuten sehr, sehr schwer fällt, ihren Internetkonsum einzuschätzen. Der wird oftmals über- oder unterschätzt. Um dem ganz exakt auf die Schliche zu kommen, nutzen wir neue Methoden der Psychoinformatik. Das heißt, wir zeichnen genau auf, was die Leute am Computer machen. Dafür haben wir kleine Softwaremodule programmiert, die genau das aufzeichnen, was die Menschen dort am Computer machen, sodass wir ganz exakte Zahlen bekommen. Und diese Zahlen können wir eben, die durch die Informatik gewonnen werden und jetzt in die Psychologie reingebracht werden, dann einmal zu Forschungszwecken sehr gut genutzt werden, zum anderen aber auch den Betroffenen eben sehr, sehr gut helfen, ihren Internetkonsum eben besser zu regulieren, zu überwachen, wenn sie ein Problem im Umgang mit den neuen Medien haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.